Hallo und herzlich willkommen zur Folgenbesprecherung Folge 6 Staffel 3 von Star Trek Discovery. Auch in dieser Folge möchten wir den Koali zu Wort kommen lassen, denn der hat sich wieder hingesetzt und seine Gedanken einfach ins Mikro gesprochen. Wenn ihr auch mal Thema X mit uns besprechen möchtet oder einfach etwas zu den Themen, die wir im Podcast aufgenommen haben, zu sagen habt, dann schreibt uns doch einfach eine E-Mail an podcast.dysonauts.com oder schickt uns eine Sprachnachricht. Alle Infos dazu findet ihr gebündelt, gebannt auf unserer Webseite www.dysonauts.com. Und jetzt übergebe ich das Mikro an den Koali und wünsche euch viel Spaß mit der aktuellen Besprechung von Folge 6. Alle anderen Besprechungen folgen natürlich auch noch. Bis dahin, schöne Adventszeit euch, euer Piwi. An Bord der Raumstation Endless Sights. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass unsere Vision Wirklichkeit wird. Vor uns tausende Welten. Welten aus Eis, Wasser, durch und durch mit Sand bedeckt, andere durchzogen von dichtem Dschungel oder aus einer einzigen riesigen Industrieanlage bestehend. Jeder mit ihrer eigenen Geschichte, mit ihren eigenen Bewohnern, Konflikten und Problemen. Und wir sind hier mittendrin. Diese Welten zu entdecken, gemeinsam zu bereisen, Konflikte zum Besseren zu wenden. Dafür sind wir hier. Wir sind die Dysonauts. Ja, Folge 6 aus der dritten Staffel Star Trek Discovery namens Die Arsgeier. Ja, hier in der Folge wird die Discovery, nachdem sie sich jetzt ja bewährt haben als Crew und auch als Schiff, ein bisschen angepasst an das, was die Föderation in der Zukunft zu bieten hat. Das ist auch überflüssig, weil bis jetzt, also nicht überflüssig, war bisher, jetzt fehlt mir das Wort, ja, also das war nötig, weil man ja auch jetzt schon ein bisschen darauf eingegangen ist, wie antiquiert und so die Technik ist, obwohl sie ja diesen Sporenantrieb haben, den sonst niemand hat. Also sie bekommen Zukunftstechnologie für die, für das Schiff. Da gab es ein paar sehr geile Shots auch in der letzten Folge auch schon für die Zukunftsschiffe. Ich bin noch nicht so ganz d'accord mit diesem ganzen, also ich bin zwiegespalten. Die neue Technik, die sich da in diesem neuen Jahrhundert irgendwie bietet, wirkt natürlich auch so einen coolen Star Trek Aspekt, den man irgendwie jetzt angespielt hat oder aufgezeigt hat, den andere Serien vorher auch hatten, vor allen Dingen TNG und halt auch die Originalserie, dass man bestimmte Technik eingeführt hat, die so zeigen soll, das ist jetzt so die Zukunft. Und da wir ja mit TNG und der Originalserie inzwischen auch sehr, sehr viel in unseren Alltag wiederfinden, so Handys und sowas, okay, da hatte man noch das Beamen, okay. Und so ein richtiges Future-Feeling reinzubringen durch neue Technologie, das war in Voyager schon gar nicht mehr so vorhanden. Da waren irgendwie andere Sachen irgendwie im Vordergrund. Und auch in Enterprise, da war es ja irgendwie davor. So, und das konnte man aber auch nicht machen bei Discovery, weil die waren ja auch in der Original-Timeline, so auf Enterprise-Ebene so. Und da wirkte der Sporenantrieb ja auch schon so ein bisschen meh. Ich glaube, den Sporenantrieb hätte ich jetzt, wenn es in der Zukunft gestartet wäre, auch cool gefunden als technische Neuerung. Ich glaube generell, wenn Discovery in diesem Jahrhundert angefangen hätte, wenn sie das von der Staffel 1 her direkt so gemacht hätten, guckt hier, das ist die Zukunft der Föderation und die und die, deswegen sieht das jetzt hier mit den Hologrammen und mit dem Sporenantrieb und so, das hat sich halt so entwickelt, dann wäre das gar nicht so hochgekocht mit den ganzen Fankritiken vielleicht. Dann hätte man denen vielleicht auch dieses Dystopische ein bisschen verziehen. Aber so die Technik mit diesem sich selbst herstellenden Material irgendwie, das sich so an den Körper anlegt, so wo die auch diese Controls halt irgendwie so haben, so die so sich mit den Fingern verbinden und auch, dass Stamets halt jetzt nicht mehr diese Injektionen bekommen kann, was ich blöd finde irgendwie. Weil ich fand die Idee cool, dass Stamets sich als Person als so ein Opfer bringen muss jedes Mal, wenn die Discovery diesen Sprung machen muss. Und das hat dieser Person Stamets halt so eine Tragik gegeben, die ich eigentlich ganz cool fand und die auch so eine Erklärung lieferte, warum der Sporenantrieb nicht in die Massenproduktion geht, weil man halt merkt, dass diese Besonderheit, diesen Schmerz zu ertragen und dieses Opfer zu bringen für jeden Sprung, dass das vielleicht ethisch vielleicht ein Step zu viel ist. Und jetzt, wo man diese neue Verbindung hat, merkt man dieses Opfer halt auch gar nicht mehr. Es wird ja auch von Stamets, glaube ich, in der Folge gesagt, so, ja, das ist irgendwie viel angenehmer und so und auch irgendwie und so ein Zeug. Von daher fand ich das, finde ich das von der Technik her ein bisschen schade. Und ich bin gespannt, wie sie das erklären wollen, dass sie diesen Sporenantrieb jetzt nicht auch auf anderen Föderationsschiffen benutzen. Generell war es ja irgendwie so Stand der Technik und der Story, dass sie den Sporenantrieb halt auch nicht benutzen wollten generell, weil es halt auch dieses Pilznetzwerk kaputt macht jedes Mal, wenn wir springen. Dafür springt die Discovery ziemlich oft dafür, dass es eigentlich alles kaputt macht. Dasselbe hatten wir schon mit den hohen Warp-Geschwindigkeiten, die bei Voyage dann irgendwann kamen. Aber ich glaube, da haben sie so ein bisschen ihren eigenen Plot verlassen, weil sie springen halt viel zu viel damit rum dafür, dass sie vorher gesagt haben, eigentlich sollte man das nicht machen. Also für meine Begriffe. Und da fand ich halt diesen Opferaspekt, halt dieses Tragische in dieser Figur halt ganz cool. Ist auch die Szene auch, wo Stamets sich erklären muss. Ich weiß gar nicht, ob es in dieser Folge ist oder in einer anderen Folge. Es gibt auf jeden Fall so eine Szene, wo er dem, ich glaube, es war in der letzten Folge, dem Starfleet-Kommando erklären muss, was eigentlich seine Rolle ist in der Crew. Und er dann sehr schnell irgendwie sich doch selber darauf reduziert, dass er der Einzige ist, der diesen Antrieb bedienen kann. Und ich finde, seine Figur hat eine super Entwicklung gemacht jetzt auch durch die Staffeln hinweg. Und ich mag Stamets. Am Anfang, ganz am Anfang, Staffel 1 mochte ich den nicht. Inzwischen finde ich den richtig, eine richtig coole Figur. Und ich hätte es geiler gefunden, wenn er diese Tragik ein bisschen behält. Er hat jetzt einen Tragikpunkt an seiner Figur nach dem anderen abgelegt. Das Erste irgendwie, dass er so ein bitterbeißiger Kerl war, mit keinem anderen zusammenarbeiten wollte. Das haben sie jetzt weggemacht. Dann, dass er seinen Freund verloren hat, auf eine ziemlich tragische Weise. Okay, der ist jetzt von den Toten wieder auferstanden. Also ist das auch wieder weg. Irgendwie seine Beziehung ist im Heilen. Er arbeitet daran, Freunde zu finden. Dann diese, jetzt noch diese letzte Tragik aus dieser Figur rauszuschreiben. Ich bin gespannt, in welche Richtung er jetzt geht, weil er wird so ein bisschen flach gebügelt, habe ich das Gefühl. Genau. Generell, Captain, Captain Saru macht jetzt ja hier auch, kann man vielleicht auch mal ein paar Worte dazu sagen. Ich finde, das ist der beste Captain, den diese Discovery in den Staffeln bisher hatte. Obwohl ich auch in Staffel 2 den Captain mochte. R1 war besonders. Aber ich finde, Saru passt halt als Captain für die, für die, für die Sache. Den, den Konflikt zwischen Burnham und Saru finde ich halt hier wieder, na, ich glaube, wenn man sich ein bisschen an die Romane gehalten hätte, an die Discovery-Romane, die es ja auch gibt, wo die, dieses Misstrauen und das ambivalente Verhältnis, was Saru zu Burnham hat, viel deutlicher wird. In Staffel 1 ist es auch viel deutlicher. Über Staffel 2 nach 3 hinweg hat sich dann dieser Konflikt zwischen Saru und Burnham halt so ein bisschen aufgeweicht und bis zu diesem Punkt, wo sie sich eigentlich mögen. Und ich finde, diese Folge spiekt da so ein bisschen rein, in dem Burnham Saru deutlich, ja, deutlich hintergeht. Ja, man muss sagen, irgendwie ja auch ihre, ihre Kommando missbraucht und, ähm, Befehle missachtet und so. Und, ähm, deswegen ist Burnham ja auch so ein total unsympathischer Charakter. Das ist seit der Staffel 1 so, ihren Kapi, sie hat so eine tragische, äh, Tendenz dazu, ihre, ihre Captains zu, zu hintergehen, ähm, und, äh, sich nicht an die Befehlsketten zu halten, was sowieso so eine komische Sache ist. Irgendwie, da kommt irgendwie in Folge sieben nachher auch nochmal eine ganz blöde Sache irgendwie, wo ich nicht verstehe, wie die Befehlsketten in, äh, in Star Trek Discovery funktionieren. Ähm, aber, und, äh, Burnham kommt immer irgendwie davon. Obwohl es nachher nicht auch eine Konsequenz gibt für ihren Verrat, klar. Aber, ähm, auch da kann man sagen, irgendwie, das ist eigentlich keine wirkliche Konsequenz. Sie hat, sie hat dadurch keinen Verlust, wirklich, weil Burnham bleibt in dieser Serie, die, äh, ich kann alles, ich weiß alles, ich bin alles besser. Ähm, hier durch diese Folge wieder total rausgekehrt, ähm, Burnham weiß alles besser, ähm, setzt sich über die, die an, über die, äh, ihre Befehlshaber hinweg, nicht nur über Zarou, sondern auch über den, äh, Captain, ähm, der, der, der Sternenflotte, über direkte Befehle davon, ähm, natürlich ein ethischer Aspekt im Hintergrund, ähm, der aber irgendwie aufgesetzt wirkt. Ähm, also so ein klassisches Star Trek-Ding wäre ja halt gewesen, ähm, man diskutiert das irgendwie mit, mit den, mit dem Captains oder mit den Admirals oder so aus und überzeugt die dann durch Argumente, dass das Vorgehen, was man macht, halt besser ist. So, und, ähm, Burnham hat's ja nicht mal versucht. Also sie hat dann gesagt irgendwie, ja, aber was ist denn mit denen? Und, äh, ja, dann kommt halt so, nö, ähm, wir, wir sehen das Problem, aber, ähm, wir, wir sind der Meinung, dass es besser ist, so wie wir das denken. Und dann, ja, okay, dann halt nicht. So, dreht sich um und macht halt ihr eigenes Ding. Und ich weiß nicht, also, äh, äh, was ist denn das für ein Vorgehen? Also, ähm, das ist auch was, was ich an Star Trek auch immer, immer geschätzt habe, dass die, die, die Vertrauensbasis in den Crews halt immer so war, wie es, wie ich mir das irgendwie vorstelle in so einem, ich meine, man ist in einem, auf einem engs, auf einem relativ engen Raum in irgendwo im Weltall zusammen und muss sich aufeinander verlassen können. Wenn die gesamte Crew jetzt auch irgendwie weiß, hey, im Zweifel können wir uns nicht auf Burnham verlassen, weil im Zweifel macht die ihr eigenes Ding. Ähm, wie, warum sind die alle noch so Freund mit der und so, so, so positiv gegen ihr gestimmt. Auch, äh, okay, man merkt irgendwie, Saru, gibt ja auch so eine Szene, wo er dann sagt, ich bin so enttäuscht von dir und so. Aber das, sonst hat das keine Konsequenzen. Sie wird nicht ausgegrenzt. Sie behält ihre, sie behält ihren, ihren, ihren wissenschaftlichen Standard bei. Okay, sie wird, kriegt dann nachher ihr, 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 ihren, äh, First in Command, äh, entzogen. Ähm, aber, pfff, das, das, das ist mir zu wenig irgendwie. Das ist irgendwie, die, die, man müsste sie irgendwie mal, also sie müsste auch so einen Story-Arc bekommen, wo sie halt mal merkt, was für positive Aspekte Vertrauen hat. Weil das fehlt ihr irgendwie. Sie hat kein Vertrauen in andere und die setzen ständig Vertrauen in sie, aber nur, weil sie halt so, von den Serienschreibern so übermäßig, übermächtig intelligent dargestellt wird. Weil im Endeffekt hat sie dann eigentlich doch, dann doch immer recht. So, und, ähm, dieses, das, ich, mein Problem ist nicht, dass sie immer recht hat und immer alles besser weiß, sondern die Art, wie sie damit umgeht, dass sie alles besser weiß und alles besser macht. Weil, wie ich schon eben schon sagte, so ein klassisches Star Trek-Ding wäre gewesen, ich weiß es besser oder ich, ne, ich denke, dass ich es besser weiß und überzeuge durch meine Argumente und durch meine logische Argumentation, das ist dann in der nächsten Folge dann auch nochmal mit dieser Logik halt auch nochmal ganz interessant, auch mit dem Vulkanier-Hintergrund, den sie hat, den sie komplett abgelegt zu haben, scheint in der dritten Staffel, sehr, sehr emotional, klar, sie ist immer Mensch gewesen, aber auch in den ersten Staffeln hat man immer noch diesen, diesen Twist gehabt, irgendwie sie versucht, sich an dieses vulkanische Erbe irgendwie anzulehnen. Das hat sie komplett über das eine Jahr nur, wo sie da in der Zukunft war, abgelegt. Und, ähm, ja, nimmt dann Georgiou mit. Den Charakter finde ich sehr cool, hat auch in dieser Folge wirklich sehr geile Momente gehabt und vor allen Dingen haben sie Georgiou jetzt auch mal irgendwie so einen, ähm, einen Punkt gegeben, wo man sie packen kann. Also es gibt so eine, so eine Andeutung in dieser, in dieser Folge, ähm, dass sie eine Schwäche hat, so, und, ähm, sie sich auch dieser Schwäche bewusst ist. Und dass andere auch darum wissen und da reinpieken können. Und, ähm, auch generell, also es gibt irgendwie so ein Sub-Meta-Plot-Ding auch in der vorigen Folge schon angedeutet, dass es irgendwas mit den Terranern noch auf sich hat, dass da irgendwie irgendwo was noch in der Hintergrund schwelt. Und da bin ich gespannt, was sie da draus machen. Ähm, ja, und es ist so eine Andeutung, dass Georgiou und Burnham irgendwie ein bisschen, bisschen mehr verbindet irgendwie als, ähm, als gedacht. Ich hoffe nicht, dass sie da so eine 0815, äh, wir lieben uns Sache eigentlich draus machen, die ja auch schon angedeutet ist. Ähm, das wäre mir zu platt. Ähm, ich hoffe, dass da auch irgendwie was, was, was festeres, tieferes kommt. Ähm, vor allen Dingen, weil ich die, die, ähm, die Beziehungssache zwischen Burnham und ihrem, äh, Future-Freund, äh, besser, schöner, passender finde. Ähm, wäre übrigens eine geile Sache gewesen, äh, auch, jetzt greife ich auch schon wieder voraus, ähm, wenn sie als, als Konsequenz aus ihrem, ich kann mich hier eh nicht, also das wäre auch so typisch Star Trek gewesen, vielleicht so, ich kann mich halt nicht an diese Regeln halten. Ich bin halt so ein bisschen Rogue-Charakter. Ich, äh, ich mag diese, diese Befehls-Ketten nicht. Ich, ich arbeite gerne für mich selber, wenn man sie von der Crew halt abgesondert hätte und, ähm, sie halt dieses, dieses Rogue-Leben halt da halt führen lassen. So vielleicht für so kleine Eingreif-Missionen und, äh, ähm, ja, so, 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 so ein bisschen, ähm, Badlands-mäßige Sachen, äh, und sie dafür halt dieses, dieses, äh, Future-Schiff, was halt da im Hangar steht irgendwie mit, mit ihrem Freund halt, äh, benutzt hätte. So ein bisschen wie, so ähnlich wie diese Delta-Flyer-Missionen bei Voyager. Ähm, ja, vielleicht wäre das so ein Ding gewesen oder, ja, ich bin mir da auch noch unschlüssig, was cooler wäre. Ähm, generell muss man sagen, dass ich ganz, ganz unzufrieden bin mit, mit dem wie, wie Burnham auf der, auf der, ähm, Kommando-Strukturen auf, auf dem Vertrauens-Basis-Sachen von, von der Crew rumhackt. Weil gerade das war das, was ich, was mich in Staffel 3 bisher so angetriggert hat, was ich auch cool finde, dass sie zurück sind, so zu diesem, wir sind eine, eine Raumschiff-Crew und, ähm, wir, das ist so ein bisschen zurück zu den Wurzeln, ähm, so die, die Crew ein bisschen besser zu beschreiben und die, die, die hat, diese Crew hat halt auch sehr, sehr sympathische Charaktere und die dann so zu verraten vorzufinden. Also von, von Georgiou hätte ich das erwartet und der kann man auch nichts anderes erwarten. Die ist auch, auch per se von ihrem, von ihrem Ding halt so. Vielleicht ist Burnham das auch, aber Georgiou ist halt immer noch ein bisschen so der, der Villain, ähm, ja, auch gewesen in Staffel 1. Und, ähm, von daher hat sie ein anderes Standing als Burnham, die halt dann doch immer noch Recht bekommt vom, vom Plot. Und da habe ich ein bisschen ein zwiegespaltenes, ähm, Verhältnis. Dass sie jetzt neue Erkenntnisse über den, über den Burn bekommen dadurch, ist halt natürlich die Rechtfertigung für die ganzen Sachen. Und, ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, was dahinter steckt. Und, ähm, ähm, ja, bin generell mal, ähm, positiv gestimmt. Also ich finde die dritte Staffel bis jetzt, äh, die beste Staffel von, ähm, von Discovery. Die Richtung gefällt mir. Ähm, die Folge jetzt hat mich ein bisschen zurückgerissen wieder, ähm, weil, weil diese alten Burnham, ich kann alles Klischees irgendwie, äh, bestätigt hat. Ähm, wenn die das ein bisschen rausstreichen und Burnham mehr so, zu einem vollwertigen Mitglied der Crew machen, weil sie ist halt irgendwie die Hauptperson dieser, dieser, dieser Serie irgendwie schon. Ähm, aber wenn, wenn sie es schaffen, sie vollwertig in die Crew zu integrieren und nicht das, und das nicht nur so zu machen, dass alle anderen Charaktere sie aus irgendeinem nicht erfindlichen, nicht ersichtlichen, logischen Grund cool finden, um, dann, äh, wäre das, äh, wenn sie das schaffen, wenn sie diesen Tick hinkriegen, dann haben sie die Serie, glaube ich, ganz gut gerettet. Ja, ähm, genau, und die Zukunftstechnologie, um den, den, den Bogen mal zu schließen, ähm, ja, die, das neue, dieses schwebende Gondelnding und so, äh, ja, ich hab, ich hab gelesen oder gehört, dass das wohl eine Designsache ist, die sie geändert haben jetzt in der Serie, weil sie mit dem ursprünglichen Designer von dem Star Trek Discovery Dingen halt sich überworfen haben und deswegen halt Designs ändern mussten. Also, wenn das der Grund ist, warum sie jetzt diese Sachen einführen, ähm, weiß ich nicht. Also, klar, nachvollziehbar dann, ähm, aber, äh, mir gefällt dieses schwebende Dings-Teil nicht. Und ich, der, der Star Trek, Terrek, äh, Star Trek, ähm, Tech hatte ja immer so einen Punkt, wo man als, als Zuschauer irgendwie denken konnte, um, okay, die, die Technik, die wir jetzt haben und das, was ich irgendwie mir in Science-Fiction ausdenke, weitergesponnen, dann, das, das könnte realistisch sein. Und das fehlt mir momentan bei den jetzt gezeigten Tracks auch. Also, diese schwebenden Gondeln, keine Ahnung, äh, das wird auch nicht mit, mit dem Technobubble unterstützt irgendwie, warum das irgendwie funktioniert. Und auch die, diese, diese selbst, sich selbst erschaffenen Dinger da, äh, Konsolen und so. Ähm, da würde ich mir so ein bisschen, äh, Fan, äh, Fanservice wünschen, das mit ein bisschen Technobubble noch zu unterlegen. Das wäre ganz nice. Ja. Also, Folge 6, ähm, gekennzeichnet durch den Verrat und eine tiefe Enttäuschung, diese Folge, was, was Burnham angeht, für mich als Zuschauer. Ähm, aber vielleicht soll das ja auch so sein. Vielleicht, äh, äh, durchlebt sie da jetzt so ein Story-Arc. Diese Staffel ist ja noch nicht vorbei. Ich bin sehr gespannt. Ja. Bis dann. Bis dann. Bis dann.